Wenn ihr das Eduroam WLAN auf eurem Windows PC einrichten wollt, müsst ihr lediglich das Hilfsprogramm Eduroam CAD herunterladen und installieren, was dann fast alle Konfigurationsschritte für euch übernimmt. Voraussetzung ist, dass ihr eine Internetverbindung habt. Das bedeutet, ihr könnt die Schritte entweder zu Hause durchführen oder ihr macht euch einen Hotspot auf eurem Handy auf oder ihr wählt euch einfach beim UMR-Net ein, wie ich das hier gemacht habe und löscht die Verbindung dann, sobald ihr mit der Konfiguration fertig seid. Andererseits kann es euch passieren, dass sich euer Laptop automatisch beim UMR-Net einloggt, obwohl es sich eigentlich beim Eduroam Netzwerk einloggen sollte. Zuerst laden wir Eduroam CAD herunter. Dazu öffnet ihr einfach euren Browser. Es ist vollkommen egal, ob den Firefox oder Chrome dafür verwendet. Und oben in die Adresszeile tragt ihr dann die eingeblendete URL ein oder fügt sie einfach ein. Wir haben sie in der Beschreibung auch mit eingefügt und bestätigt. Und werdet auf die offizielle Eduroam Seite weitergeleitet. Hier wählt ihr nun aus, ob ihr nun zu den Students oder zum Staff gehört. Und dann taucht hier unten ein blauer Button auf, der euch schon die richtige Version für euer Betriebssystem raussucht. Wenn ihr Windows 7 verwendet, dann bekommt ihr hier angezeigt, dass ihr den richtigen Installer für Windows 7 herunterladen könnt, wenn ihr Windows 8 verwendet für Windows 8 und in meinem Fall eben Windows 10. Ihr klickt also hier drauf und nach einer kurzen Zeit sollte der Download starten. Tut ihr das nicht, könnt ihr auch nochmal hier unten auf diesen kleinen Link klicken. Dann wird es ebenfalls gestartet. Jetzt öffnet ihr den Explorer und geht in den Download Ordner oder je nachdem, wo ihr die Datei gerade gespeichert habt und öffnet sie mit einem Doppelklick. Hier müsst ihr mit Ja bestätigen. Für den Fall, dass ihr allerdings eine Passwortabfrage bekommt, tippt ihr entweder euer eigenes Passwort ein oder falls dort nach einem anderen Benutzers Passwort gefragt wird, müsst ihr diesen finden und er muss euch das Passwort geben. Andererseits seid ihr nicht in der Lage, hier eine Software zu installieren. In allen Fällen müsst ihr allerdings am Ende mit Ja bestätigen. Hier klickt ihr auf Weiter. Hier bestätigt ihr noch einmal, dass ihr zu den Studenten der Universität Marburg gehört. Falls ihr zu den Mitarbeitern gehört, habt ihr vorhin hoffentlich Staff ausgewählt statt Students. Und demnach ist hier nicht nach Students, sondern eben nach den Mitarbeitern gefragt. Hier bestätigt ihr mit Ja. Hier tragt ihr nun euren Benutzernamen ein, allerdings in voller Länge mit uni-marburg.de am Ende. Und natürlich zweimal das Passwort von euch. Und nun klickt ihr auf Install. Hier müsst ihr ebenfalls mit Ja bestätigen. Wieder OK. Und nun installiert er nochmal zusätzliche Software, die ihr benötigt. Das Ganze dauert eine Weile, deswegen werde ich das hier im Video verkürzen. Nun, da die Installation fertig ist, könnt ihr hier auf Finish drücken. Hier gebt ihr wieder euren Benutzerannahmen in Langform ein, also mit addstudents.uni-marburg.de und so weiter. Ihr könnt natürlich auch hier auf Remember klicken, falls ihr das nicht jedes Mal wieder tun wollt. Wie ihr hier unten sehen könnt, ist die Verbindung nun aufgebaut zum Agroam-Netzwerk. Es zeigt zwar noch an, dass keine Internetverbindung vorhanden ist, allerdings wird sich das nach einiger Zeit von selbst lösen. Falls ihr Probleme bekommen habt, die wir hier nicht behandelt haben, könnt ihr gerne zu einem der Helpdesks des HRZ gehen und euch dort helfen lassen. Oder ihr schaut euch noch einmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung des HRZ auf ihrer Website an. Den Link werde ich euch hier einblenden. Hier noch ein Hinweis, wenn ihr in einem der Wohnheime wohnt, die auch Zugriff auf das Agroam-Netzwerk haben, dann müsst ihr noch ein, zwei Extra-Schritte vornehmen, die wir noch mal in einem anderen Video zeigen werden. Falls dieses Video allerdings noch nicht online sein sollte, dann könnt ihr auch jetzt schon auf die HRZ-Website gehen und euch die Schritte dort anschauen.